Hallöchen, Hallöchen, da sind wir wieder und wir gehen auch zum Stern jetzt. No one cares about us slaves, that's why it's all the more important that we stick together and take care of each other. Check in with that guy over there for details on what needs doing and thanks in advance. Clevis, what do you think about? Hmm. Hmm. Ich weiß. Ich habe es. Ein bisschen Quest hier, das ist sehr gut. Ich habe keine Ahnung, dass die Kräuter so aktiv waren. Du klingtest ziemlich glücklich. Glücklich? Vielleicht. Aber ich werde es für Hoffnung sein. Wir wissen jetzt, dass nicht jeder für die Rennets rauskommt. Das ist ein Gasthaus, ok. Oh, wie kommen wir Schmieden hier? Schade. Was habt ihr denn hier so? Achso, das sind ganz normale Verkäufer. Was haben denn hier so? Achso, kostet wieder alles. Ähm. Gehen wir mal auf den Karten. So, haben wir erstmal was. So. Dann nehme ich ein bisschen Fleisch mit. Beide auf der Reichen. So. Ok. Alles klar. Bitte, was wir hier. Ah. Schlafen wir mal rasten hier. Hey. Haben wir jetzt gerastet? Dann gehen wir mal wieder raus hier. Okay. Was hast du denn hier so noch? Das wird gespeichert. Und? Ja, gut gemacht. Ey. Was ist handy? Watt mal. Wapp. So, warte mal. Warten mal. Warte mal. So, wann. Dann wissen wir mal. Ja, ist sicher nicht. Ähm. Das kann man directors für deine Neuze bestätigt. Ich würde auch mal direkt was speichern hier. so aber nun kann man quest lesen nein strategie brauchen wir auch nicht als weltbuch ist das ja alles klar das ist es nicht okay warte mal warte mal warte mal warte mal inzwischen und dann ja das ist ein bisschen bekloppt gerade müssen wir hier hoch was da ist das brauchen wir nicht brauchen wir nicht machen mal so So, äh, brauchen wir alles klar, okay. Okay, okay, alles klar. So, soll irgendwie Sporreter holen. Okay, wir müssen hier oben, aber komm mal ganz schön, äh, dumm, dumm, ist auch nix, also es geht nach draußen, aber sollte doch irgendwas holen, da oben. Äh, guck mal, guck mal, guck mal, wir kaufen uns noch so ein Fisch. Sechs Stück. Gut, dann gehen wir auch kaufen und noch den Karten. Okay. So. Die soll ich wiederkommen, ja, gut, alles klar. Gemüschtbarer Händler, so. Hm, 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 hm. Zeig's mir immer noch die zerstören an. Hm, 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 hm. Ich bin jetzt gerade nicht weit. Wir haben mal raus. So ist es nicht woanders hin. Ah, okay. Okay. Okay, jetzt bin ich ja gerade hier ein bisschen... ...durcheinander. Ah, da ist noch ein Ausgang. Ach, da sind wir wieder hier. Ach so, ja gut. Äh... ...durcheinander. Vielen Dank. Na, da sollte man nicht runter springen. Okay. Da können wir runter klettern. Was gibt's denn da unten? Na, da gibt's irgendwas da unten. Aber holen wir uns erstmal die Vorrede. Was? Was? They're all dead? How did this happen? Soldiers, das ist es. Are you Iron Mask? Ja, ich bin. Dairon me hat mich um Hilfe. Hang in da. I'm so glad you made it. In the bushes over there. You'll... Hang on. Xion, do something! It's no use. He's already dead. Damn them! They've killed so many of us, and it's still not enough! They won't be satisfied until they've wiped us all up like pests! He mentioned something about those bushes. We should check them. Is this... a cooking pot? But what is it doing here? If I had to guess, he put it there to make sure Irenin wouldn't steal it. So even though he knew he was dying, he chose to use the last of his strength to hide it? Believing somebody would come for it? I guess you think it's stupid getting killed over a silly trinket, huh? No. Clearly he risked his life for something he believed in. I would never mock someone for that. However, it will be up to us to figure out the purpose behind his dying act. We'll make sure it wasn't in vain. If nothing else, this proves that the Renins can be outsmarted. We'll carry out your will and see through to the end. Then we'd better get going. We don't know when those soldiers might be back to make another sweep of the area. So this is what it means to fight the Renins? Sounds like you're kind of scared to me. Of course I am. And if I'm going to die one way or another, I'd rather go down fighting. Okay, well, it's all right. I think we need to collect my miles. Okay, then let's go down. Let's see what's there. Okay. The side here is the river open. Go down to not much quickly. It's a really long way. Where I can swim? Что касi disturbs, ok sei sehr geil das war schon hier unten da haben wir auch alles eingesammelt können wir jetzt eigentlich zurückgehen da komm drab 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 oh dann geh ich auch mal zurück keine Lust auf kämpfen gerade wir müssen ja erstmal da kommen wir die zwei immer mit die zwei immer mit das haben Oh wow Okay, hallo, eh, win Oh, er hat mich geil. Das ist sehr gut. Hallo. Ja, nice. Okay. Aber wir haben ja noch was gekriegt. Also das ist dann sehr gut. Weiß nicht. Oh, wir wollten zurück. Wir gehen zurück. So, dann haben wir den Auftrag erledigt. Oh, wir wollen das. Oh, wir wollen es nicht. Hm. Hmm... Okay, oh, Kohle gekriegt, sehr nice. Gehschkeiten, oh. Geil, geil ist das denn. Geil. Das ist so cool. Hm, wie viel habe ich denn? Oh, nicht empört sich. Oh, Wind. Hm. Kritisch, mehr oder weniger kritisch. So, danke, was haben wir bei dir? Blandschlag. Ja, machen wir. So, perfekt, perfekt. Das ist doch sehr nice. Okay, wir haben oben den Stern. Sag mal, was hast du denn für mich? Du bist. Du bist zurück, huh? Ja, das ist ein wirkliches Ordee. Daher ist es. Das, was ich nicht so, dass ich sagen muss, es gibt viele von uns, die diese Wrennen-Armored-Soldierungen haben. All we can do is make sure we remember those who sacrificed their lives for the cause. Yeah, they won't be forgotten. Glad to hear it. Now, what was that favor you wanted to ask me? Oh, right. Well, you see. So then, you're wondering if I know of any places where you can find Brennan equipment, huh? Anywhere with those damn bright eyes is going to have tight security, of course. You can't just go carelessly poking around. Unless... Across the wilderness, outside Ulzebek, you'll find the Fagin Ruins. There's some kind of old Brennan castle out there. But with it being impenetrable, I forgot. But with the Brennan tagging along, who knows? Maybe you can find some way in. When you ask me, though, it's a lot of trouble for some Brennan rags. If I were you, I'd get comfortable with Dan and Garbs. Those look like the ruins. Let's move. Are we really going in there? Yes. Now let's move. Hallo, sehr gut. Alles klar. So. Gut, dass es wieder mal nicht angezeigt wird. Wir müssen da hoch. Hmhmhmhmhm. Was ist das hier? Ja, okay. Alles klar. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen. Und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.